Jetzt hat man den Punkt auf Platz, aber nicht der Hand angeht. Das heißt, dass wir den Roten annehmen oder die Struktur-Rotter näher mit den Dienstagentur sind. Aber es gibt natürlich, wer weiß, dass es jetzt so ist, dass es nicht nur ganz dort steht. Ich glaube, das ist schon mal ein Dienstagentur. Ich stehe da an den April wieder. Und dann weiß ich, ob ich jetzt nicht mehr in den Zellen stößt. Das ist nicht mehr in den Zellen. Was?